Hallo, Freunde, der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Madame Webb. In diesem Film geht es um Cassandra Webb, die wird gespielt von Dakota Johnson, die kennt man zum Beispiel aus Fifty Shills of Grey und ja, sie ist Rettungssanitäterin und bei einem Einsatz, den sie hatte, wird sie in ein Auto eingeschlossen und fällt mit diesem Auto von der Brücke. Als sie wiederbelebt wurde, merkt sie, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Sie kann es nicht genau realisieren, was da jetzt genau passiert und zwar hat sie Visionen und sie tut das erstmal irgendwie so noch ab, als wenn das so Nachwirkungen von dem, ähm, von der Wiederbelebung ist und so, aber es kristallisiert sich heraus, diese Versionen, äh, Visionen, dass sie damit ein wenig in die Zukunft gucken kann. Und ja, nicht nur das, sondern sie trifft auch auf drei Mädels und zwar auf, ähm, Sydney Sweetie, die kennt man zum Beispiel aus, ähm, wo die Liebe hinfällt, dann, ähm, die, äh, die spielt, ähm, Julia Carpenter, dann Isabelle Merced, die spielt Enya Koressen und, ähm, ja, die, mit diesen drei Mädels, ähm, ja, die werden verfolgt von einer mysteriösen Person und zwar von Ezekiel, der wird gespielt von Taha Rahim und den kennt man zum Beispiel aus den Napoleon-Filmen und dieser, ähm, Ezekiel hat es halt abgesehen auf die drei Mädels und, ja, die Madame Webb, Cassandra Webb, die versucht halt die drei Mädels zu beschützen und herauszufinden, was eigentlich Phase ist. Ja, so ungefähr kann man das beschreiben. Ja, also, ich muss sagen, der Film ist eine, ja, ich würde nicht absolute Vollkatastrophe sagen, aber er ist einfach nicht gut. Er ist auf so vielen Ebenen einfach nicht gut. Sony, man muss ganz klar sagen, macht euer, ähm, Spider-Wars, ähm, Animationszeug, das ist super, das könnt ihr, das kriegt ihr irgendwie hin, aber alles, was so Live-Action ist. Ey, ihr habt Venom 2 verkackt und zwar sowas von verkackt. Morbius war absolut langweilig. Und jetzt mit Madame Webb, ihr macht es einfach immer schlimmer. Euer Spider-Verse-Gedöns will demnächst kein Mensch mehr gucken. Jetzt mit Craven the Hunter steht uns ja noch bevor und Venom 3, wobei Venom 2 ja schon kacke war, weil ihr es einfach nicht hingekriegt habt, den Film wirklich, ähm, beziehungsweise Kahnisch so bedrohlich darzustellen, wie er eigentlich sein sollte. Und Craven the Hunter, ich weiß nicht, was, wie der Film dann noch werden soll. Sony, macht euer Spider-Verse-Ding und, ähm, macht eure Videospiele, aber alles andere anrechten, gebt es zurück nach Marvel. Ihr habt es einfach nicht drauf. Ihr habt es einfach nicht drauf. Eure Filme sind einfach, ja, ich sag's nett, nicht gut. Und das ist eigentlich schade, weil ihr so viele Lizenzen habt. Okay, jetzt bei Madame Webb, wer jetzt, ähm, wer jetzt an Spider-Woman, Jessica Drew denkt, nein, die kommt da nicht drin vor. Warum? Weil aus irgendwelchen Gründen Sony da wohl angeblich die Rechte nicht für hat. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Also ich kenne ja Madame Webb ja aus der 1994er Spider-Man-Serie, in Deutschland auch bekannt als New Spider-Man. Dort war Madame Webb schon eine ältere Frau, die an einem Stuhl gefesselt war und, ähm, Spider-Man mit ihren Visionen geholfen hat und ihnen da diverse Aufträge gegeben hat. Hier ist, äh, Madame Webb noch in ihren jüngeren Jahren. Und, ähm, ja, ihre Mission ist es halt, die drei Mädels halt zu beschützen, die eigentlich gar nicht beschützt werden wollen. Und, ja, und dieser komische Ezekiel-Typ da, der ist mir irgendwie noch nie irgendwie untergekommen in den Serien oder sonst irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ey. Also, der Film hat dann irgendwie so zwar seine spannenden und lustigen Momente, aber es ist nie so, wo ich jetzt sagen würde, ja, jetzt nimmt der Film Fahrt ab. Jetzt wird es interessant oder so. Denn wenn der Film irgendwie, ja, sag ich jetzt mal, ein bisschen anfängt, interessant zu werden, ja, da war der Film auch schon wieder fast vorbei. Und, ja, ich weiß es nicht. Ich brauche es einfach nicht. Ich brauchte den Film nicht. Ich brauchte überhaupt dieses Spider-Verse mittlerweile gar nicht mehr. Also, von mir aus könnt ihr, ja, Craven, The Hunter und, ähm, Venom 3 direkt zu Disney Plus geben. Es lohnt sich dafür wahrscheinlich auch nicht ins Kino zu gehen. Genauso wie für Madame Webb. Es lohnt sich dafür nicht ins Kino zu gehen. Sony hat es einfach nicht drauf. Und, ähm, ja, ich glaube auch nie, dass Spider-Verse außerhalb von der Animationsserie jemals funktionieren wird. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator. T-Shirts, Boodies, Tourenbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von ArtsExpert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, Madame Webb, ein Film, der da ist, aber den irgendwie keiner braucht. So kann man das ungefähr zusammenfassen. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwie ein Sequel kommen wird. Und ich glaube auch nicht, dass Sony irgendwann mal sein Spider-Verse, abgesehen von der Animationsserie Filmen, da auf die Kette kriegt. Und genauso verhält es sich mit Madame Webb. Und deswegen, ich gebe den Film zwei Totenköpfe, weil der Film schauspielerisch ja noch okay ist und auch optisch okay ist. Dafür gebe ich die zwei Totenköpfe, weil sonst alles andere das Drehbuch ist... Der Film ist so im Ganzen so... Von daher also zwei Totenköpfe gebe ich dafür. Wenn euch gefällt, was ich mache, lasst doch ein Like und ein Abo da und schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.